dann mache ich den jackal wieder aus das ist jetzt die letzte runde oder was ja vielleicht gibt es eine bonusrunde müssen wir mal gucken oh nice ja, bonusrunde bonusstunde? bonusstunde? bonusrunden sind halt nice ne? auch mal ne clearrunde? das muss ich echt sagen? ja war echt gut und sorry ich hatte keine ahnung ohhh ohhh nice 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 ist der cleaner? der ist glaube ich cleaner 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 die beiden sind nicht die beiden sind nicht die beiden sind nicht ich weiß nicht ob man als sheriff die beiden sind schon mal nicht engineer die bitte nicht töten oder voten aber wenn wir einen sheriff haben er kann gerne faroma näher kommen wenn er sterben will kann er das gerne tun aber erzähl mal warum gehst du aus deutsch raus obwohl malheur da oben liegt der arme wo ich da drin war war der noch am leben war das ein jester ne 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 also wir beide wissen dass es nicht der bait war ich war mit malheur das oben in der links die die es keine holen also er ist gekommen wo ich weggegangen bin und da kann ich dir nichts sagen wenn ich aber da unten noch gesehen hab war der erste vorher mal guck mal faro das ding ist ja ne ne ich bin zur decon gelaufen da hab ich katze gesehen da du direkt nicht reingegrätscht bist ne also noch bevor ich was gesagt hab und gesagt hast ey weil löris war da noch am leben wissen wir dass du die gleiche schon gesehen hast mhm also ist das eine präzedenzfälle oder ist das einfach eine behauptung die du als ne 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 ich hab auch nein nein das ist halt so ich kenne faro der würde so hart reinblättern ne 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 und dann würde er diesen sass auch nie wieder loslassen selbst wenn ich selbst nach der runde wenn da stehen würde ich sei medic würde er sagen nein du hast diesen kill aber gemacht hey ich bin seit sieben sekunden ungefähr bin ich da mit ja keine ahnung ob er überhaupt noch dort tun ist oder nicht ich hab erst einmal jetzt gewartet wo er liegt ich guess jetzt erstmal smaggy auf medic und dann können wir fahren nein 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 ich bin nicht medic erst mal nein jetzt bitte wenn du also wenn einer guess smaggy ist äh ich bin doch nicht arschenist arschenist ich wollte smaggy hier ähm das ding ist wie kommt ihr darauf dass ich arschenist bin ja keine ahnung hat vorher nicht jemand gesagt verwirrung stiften ist fein zweiter vorname eine verwirrung stiften katze mhm also ich würde ja sagen dein erster name katze wer hat denn faro jetzt gewartet von euch ich hab faro gewartet und wer war der dritte faro selber ja 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 ich hab ich hab ich habe weg ist sie auf einmal der kill ist zwischen 5 und 10 sekunden alt zwei leute waren im leitzraum während der kill gefallen ist und eine person war oben im green haus ich war im greenhaus bin dann zu leitz da habe ich dich gesehen noch mal ganz kurz dazu zurück ich glaube dass er hier ist warum sollte ich denn von vom start weg in die cafeteria laufen und dann wieder zurück zur decon das macht keinen sinn außer ich habe in der cafeteria also fau mal pass auf du bist halt chester und pusht jetzt sinnlos damit du gewotet wirst aber das wird nicht funktionieren weil ich bin ich bin ja nach links bei bei uns franz ich war bei katze am die kontingen also der kann sagen eigentlich links war und dann bin ich hochgelaufen also dass der zweite kilo bei uns die erste also die runde davor nicht diese ne ich bin jetzt gerade rechtes items ich habe gesehen also ich bin gerade reingesteht faro war bei mir er könnte das mit seiner jester ist auch bestätigen das erste den kill gemacht und weggewendet ist das habe ich nicht gesehen ich habe nur noch franz oben hinter dem simon so haben wir aber keine revisions für das reinge ich habe keine ahnung aber wann hast du das sagen aber glaubst du euch dann werde ich nicht geworfen ich habe nicht wann das gemacht hat ich hatte letzte woche mit tersten runde auf mir da war ich kleiner und er war imposter kollega und ich habe ihn die ganze zeit angeschrien dass wenn ich rumwiggle dass ich kleiner bin und ich habe jetzt die ganze zeit in der runde in der ersten runde neben ihm gewiggelt ähm weil ich mir dachte vielleicht fällt das jemandem auf aber da kann er ja nicht weg gewesen sein er war bei mir und franz die ganze zeit ich bin jedenfalls gewiggelt er war am ende nicht mehr da ich nutze mal die letzten 80 kunden und sagt dass maggie aus y kamen da wo die leiche von elli lag war der was maggie schon bei uns oh junge junge ja onkelchen ist auch irgendwie ich bin den ganzen tag crewmate halt die klappe warum pusht jetzt faro so auf mich ich habe den noch nicht mal gesehen schweinerei ich glaube faro ist halt echt äh chester ich werde den gleich gestern dann einfach ich werde den dann einfach gestern jetzt hat er meinen killreporte um als jesse durchzugehen was geht ihr damit Der Erste hat gerade in der Dekon gekommen, ey. Du bist so ein Troll, ne? Du bist echt ein Troll. Ich hab's halt gesehen, du bist halt draufgesprungen. Nein, bin ich nicht. Ich hab grad Simon Sess gemacht, laufe runter, wollte grad hoch oben ins Labor in den Kristall machen und ich bin an der Tür und sehe noch, wie du auf Franz springst und dann weg. Ich bin grad Richtung Loungepad gelaufen und dann zurück jetzt, nachdem ich die Rakete da den Kreis rausgeräht hab. Du bist im Loungepad reingelaufen, hast da gewendet in die Dekon rein, hast da Pflanz getötet. Ne, ich laufe jetzt grad zurück. Ich worte auf der Türste. Der Erste, Derste. Ich bin ja fair, ne? Ich hab's ja den anderen auch angeboten und dir biete ich's auch an. Verrat mir deinen Partner und ich worte dich nicht. Guck mal, die Sache ist die, nur Faro pusht die ganze Zeit auf mich. Und ich. Und nur Faro hat auch mich in der Karriere. Ich versteh halt auch nicht, warum Katze bei der ersten Runde nicht sagt, dass ich links war. Bist du sein Läuer? Weil ich keine Ahnung mehr hab, was da, wo, wie war und ich keine Alibis rausgebe, als wär's Süßigkeiten. Ja, aber guck mal, du bist zu Dekon gelaufen, da haben wir uns noch gesehen. Ja, das kann sein. Mein Kurzzeitgedächtnis hat dich aber ausgeblendet. Das bedeutet, ich kann weder Ja noch Nein dazu sagen. Also, wenn ich nicht dran erinnern kann, kann ich dir keine Alibis geben. Ich mach das mal jetzt für Vlesk. Warte mal. Warte mal für Vlesk. Du hast grad einen Test geboten, oder? Ich bin ein Furchtrat. Ich krieg keinen einzigen gefressen. Faro hat gerade reingestochen, aber es war der Bade. Ich konnte nicht essen. Okay. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich hab ja keine Chance, mir zu gewinnen an der Stelle, oder? Weil ich muss ja vier Leute essen, das Game ist ja vorher vorbei. Naja. Ich hab nie einen gekriegt. Also, ich dachte, du bist wieder Evil Guest und ich wollte jetzt für dich, Terzo, fragen. Welche Rolle bist du denn? Bist du Evil Guest? Ich bin nicht Evil Guest. Sondern? Jetzt musst du deine Rolle callen, damit du vorher rauskriegst. Warum muss ich jetzt meine Rolle callen? Ich weiß nicht, ob das wahr ist. Nee, war nicht wahr. Wer war Evil Guest? Ach so. Huch. Dann würde ich Vlesk wahrscheinlich der Zweite sein. Ey, warum? Oder Vlesk. Alter, ey. Der pusht die ganze Zeit auf mich, Alter. Ich bin nicht. Ja, Faro ist der Jakal. Aber warum sollte Faro sein? Ich bin sein Mate. Faro ist der Jakal gewesen. Okay. Wo ist der Jakal? Ich seh den in der Liste nicht. Ich seh den wirklich nicht. Wo ist der Liste nicht? Jetzt gewinnt der auch noch. Habt ihr dem Jordan-Win geschenkt gerade? Sowas von. Hä? Junge, ich wollte ihn jetzt noch guessen vorm Voting. Was? Alter. Und ihm das schenken. Junge Katze. Wenn ich nicht gewinne, dann gewinnt irgendwer anders. Junge Katze. Katze, du bist echt der Knaller, ne? Ey, wieso? Ich bin auch... Aber... Erste, nochmal, ne? Wenn ich da... Wenn ich Kieler bin mit dir. Ich spamme diesen Button die ganze Zeit. Du kannst wirklich einfach neben Leuten töten. Der ist sofort weg. Ja, ich hab Oberbayern oben getötet. Und du hast den ja nicht gecleanen. Ja, da konnte ich nicht cleanen, weil die Snitch genau in dem Moment aufgeploppt ist. Und ich hätte meinen Cooler nicht einfach verschwenden können. Ja gut, und da hab ich nämlich... Also ich hab am Anfang... Am Anfang hab ich gedacht so, okay, du bist bestimmt Cleaner. Aber dann waren recht zu viele Leute. Und dann, Oberbayern, dachte ich mir so, jo, schnellstens den mal weg. Dann wird der bestimmt gecleant. Aber dann hast du nicht gecleant. Und dann dachte ich so, ja, okay, da ist doch kein Cleaner. Ich bin ja zu Franzen gelaufen. Und Franz hätte gewusst, wenn jemand gecleant wird, dass wir beide das sind. Weil ich hab ja... Das war ja so offensichtlich, was wir gemacht haben. Oh, Mann. Ich stand drei Minuten lang so neben Franz. Ja. Ich bin ihm so hinterhergelaufen. Sprich, wenn wir... Ja, ich hatte überlegt, dann können wir nicht so machen. Ja. Und ich denk mir so, wie... Warum ist dein Cooler schon Radius? Ich war Time Master. Ja, ich war Time Master.